hallo liebe freunde der gemütlichen unterhaltung ja heute mal wieder ein ganz normales video von mir habt lange kein normales video rausgebracht und ist jetzt wieder schon mal hin ja im coolen stuhl da ist es bequem das aus aus Litauen ja oder Lettland eins von beiden jedenfalls sehr bequem gab es mal auf einem Bauernmarkt jedenfalls ich habe ja lange kein normales video gemacht bin zwar nicht inaktiv ich mache ja Streams aber ich muss auch mal wieder ein normales video machen und mir fehlen die ideen was ich denn tue für videos deswegen kam es auch länger keins und deswegen ist es jetzt ein äh keine ahnung was für video ähm ja deswegen wollte ich ein video machen wo ich paar Fragen beantworte weil es sind jetzt wieder einige neue Abonnenten dann zugekommen und immer wieder werden mal die ähnlichen fragen gestellt die will ich einfach mal in dem video beantworten und ihr könnt in diesem video in die kommentare äh auch mal über fragen stellen scheißegal was ihr fragt könnt alles fragen alles mögliche ob ich alles beantworte das ist die frage aber ihr könnt alle alle fragen ja das soll einfach mal so ein fragevideo sein frage antwort video und das könnt ihr tun und das war's eigentlich was ich in diesem video sagen wollte und jetzt ist einfach nur bisschen geplänke ich bin wieder am garten und muss jetzt gießen ja und bin dann wieder eine stunde unterwegs um hier alles zu gießen ich kann ja mal ach ich kann es nicht wechseln warte mal ich mache mal pause vielleicht geht das nein kamera drehen funktioniert nicht also mache ich das jetzt in dieser kamera perspektive und hier immer ein bissel rum und und zeigt was ich alles gießen muss hier gießen 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 länat werden gießen die Lerche muss ich nicht gießen. Wein. Der Wein! Aber die sind noch ganz klein. Ob das was wird, keine Ahnung. Hier sind noch paar Erdbeeren. Ja, gießen. Hier muss ich gießen. Hier muss ich gießen. Die nicht. Die wachsen auch ohne Wasser. Nein, aber das sind Himbeeren. Diesen Buschgießen. Keine Ahnung, was das für Busch ist. Hier bisschen Wasser rein. Das sind Brombeeren. Ja, übelst großer Busch. Ja, gießen. 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 Sonnenblumen. Gießen, 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 gießen später. Wiesen. 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 Keine Ahnung, was das ist. Das sind eure Blumen. Wiesen. 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 Wääh. Oh. Hab ich vergessen? Wiesen. Ich glaube auch vor. Wiesen. Da nicht unbedingt. Wiesen. 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 bernische bedingt johannes werden johannes werden diesen johannes werden keine ahnung diese gewesen die kann man nicht unbedingt tomaten gießen natürlich hirnische büsche keine ahnung schrittlauch zwiebeln oder zwiebelschlauch gießen bogen tomaten gießen bohnen gießen keine ahnung gießen hier ein bisschen nasser ran teils nicht gießen hier hinten noch etwas gießen noch mehr tomaten gießen alter ist das viel und wieder blumen gießen 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 aber die abwärmen hier ist ein ölbaum gießen diesmal bei einem schnell durchlauf t Texte die allerdings müssen das genau schnell beser fertility Mir tut mein Arm weh, weil ich die ganze Zeit die Kamera gehalten habe. Also, ich weiß nicht, wer jetzt noch zugeguckt hat, war ein Speedrand durch den Garten. Der Garten gehört nicht mir alleine, also ich würde nicht so viel Blumen und Gemehr anpflanzen, bei mir würden nur kleine Bäume und Büsche geben, die pflegeleicht sind. Ja, okay, ich gehe jetzt gießen, habt einen schönen Tag und vergesst die Fragen nicht. Ich hoffe, es kommt ein paar zusammen, ich habe auch ein paar, ja, mal gucken, ja, schreibt einfach ein paar Fragen. Ich würde mich freuen. Also, bis die Tage. Tschödelü.